Wir sind jetzt auf dem Weg zur Halle. Paddy sieht das Pferd noch ungesandelt, wie man sieht. Ja, wir werden heute Vorsicht ohne Sitzung. Ja. So, ganz dabei, ne? Ja, dann geht er gerade umdreffen. Was willst du? Videos machen. Ne, das ist schon wieder. Da ist gut. Jetzt schon wieder kalte Finger. Nun sind sie in der Halle angekommen. Super.